Österreich ist derzeit im Ausnahmezustand. Doch jede Krise schafft ihre eigenen Helden. So ist es Zeit, all jenen Danke zu sagen, die tatkräftig und mutig an vorderster Stelle stehen. Danke allen, die uns unermüdlich mit den Dingen unseres täglichen Lebens versorgen. Von den Bauern über LKW-Fahrer bis zum Apotheken- und Supermarktpersonal. Danke allen Menschen, die für unsere Gesundheit sorgen, die ihr rund um die Uhr bis zur Erschöpfung arbeitet, um Menschenleben zu retten. Danke am Polizei und Bundesheer, die ihr für unsere Sicherheit sorgt, unsere Grenzen schützt und da seid, wenn wir euch brauchen. Danke an alle Lehrer und Pädagogen, die euch persönlich und digital immer vorbildlich um unsere Kinder kümmern. Danke an Post- und Paketzusteller, die ihr von früh bis spät und tonnenweise Bäckchen vor unsere Türen stellt. Danke an alle Zivildiener und jene, die sich freiwillig gemeldet haben. Danke an alle Österreicherinnen und Österreicher, die ihr durchhaltet und euch um die Schwächeren kümmert. Denn nur alle gemeinsam werden wir diese Krise meistern. Ihr alle seid die wahren Helden. Österreich ist stolz auf euch. Danke.